Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Wir hatten uns das letzte Mal mit der Achterbahn hier beschäftigt. Da ich ja die Bitte bekommen habe, ich solle doch bitte diese Achterbahn bauen. Das habe ich jetzt getan und wir werden uns weiterhin ein bisschen um das Ausschmücken kümmern. Wir können ja hier, guck mal, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen wird, können wir ja hier auch noch Wasser reinsetzen. Genau. So, und jetzt stellen wir da irgendwas drauf, was da gut hinpasst. Hier so eine Moment, so eine Affenschaukel, die wäre doch irgendwo hier doch total ideal. So, ich würde auf jeden Fall erstmal, ähm, noch ein paar Bäume hier hinsetzen. Damit das hier nicht ganz so kahl aussieht. Und wir werden da jetzt ein bisschen Was ist das? Felsen? Was ist das? Das war Erde. Noch ein bisschen bisschen Erdoptik mit einbringen. So. Erdoptik. Das ist die erste Achterbahn, wo ich mir mal so intensiv drüber Gedanken mache, äh, wie das noch aussehen soll. Ja, ich weiß, es ist, äh, noch ein bisschen Scenery-Kram, und Scenery-Kram. Mhm, ein bisschen Scenery-Kram, aber das wird schon. So. Die Bisonherde haben wir ja da vorne schon. Ich habe eindeutig viel zu wenig. Und die Kolibris, also diese Tropenvögel, die so ein wenig aussehen wie Kolibris. Mhm. Ich kann ja mal gucken. Ja, du siehst, diese Grabanimatorik, das hat da so irgendwie nichts mit zu tun. Da war die Affenschaukel, ne? Könnte man doch hier theoretisch ein Komodowaran hinsetzen. Ein... Oh, wo habe ich den jetzt hingesetzt? Hä? Ach da. Okay. Da hat er mich jetzt einfach mal auf den Desktop geschmissen. Warum auch immer. Muss ich und will ich ehrlich gesagt nicht verstehen. So. So, da war der Komodowaran. Wie sieht denn das hier mit dem Kugelfisch aus? Der ist ja dann nicht so wirklich unter Wasser. Das wäre blöd. Wir könnten hier vielleicht auch noch so ein, zwei... Jetzt hat er mich schon wieder auf den Desktop geschmissen. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann muss ich mal gucken, dass ich mir da was anderes einfallen lasse. So. Hmm. Hmm. Let's go. Okay. Reif. So. Okay. So. Okay. So. Okay. So. Orang-Utan hin. Da den Papageien. Raketen dies, Raketen das. Ja, so hier diese Riesensachen möchte ich hier nicht so gerne so hinstellen, weil das... Die könnten wir doch gut hier so ein bisschen ans Wasser stellen. Lassen wir die jetzt mal auf dem roten Felsen. Ähm. Spinnen und dann der Riesentausenfüßler. Die Schnecke. Oh, jetzt hab ich den nochmal da hingesetzt. Ich liebe es. Ups. Ich hab die Schnecke. Die können wir vielleicht hier irgendwo hinsetzen oder so. Da so hin. Da so hin. Da so hin kommen könnte. Könnte. Ähm. Ja. Könnte man vielleicht hier noch so so hinstellen. So. Noch zusätzlich so dahinter. H. Da. Da. Da bin ich wieder. Ich hab das Spiel vorhin wieder aus, ähm, rausgeschmissen, auf den Desktop geschmissen. Und ich hab das jetzt ungefähr nochmal so nachgebaut, wie wir das hatten. Allerdings bin ich ja über etwas gestolpert, was ich sehr lustig fand. Und zwar einmal hier diesen exotischen Vogel auf dem Baum. Den sieht man da zwar jetzt nicht so, aber ich finde, das hier sieht so ganz in Ordnung aus. Und wir machen dann weiter mit dem Einrichten der Schlangen. Ich hoffe, das Spiel, das schmeißt mich jetzt nicht mehr raus. Das Spiel nämlich einmal neu gestartet. Da habe ich euch jetzt auch nochmal neu einrichten. Ich muss das jetzt nicht mehr ganz genau so gleich aus, aber es ging nun mal halt leider nicht anders. Deswegen machen wir jetzt einmal... So... So... Einmal das weg, dann das verbinden. Dann hätten wir das schon mal so ungefähr... Dann gehen wir einmal um ein bisschen was an... Um ein bisschen was an... Weg zu gewinnen. Habe ich das jetzt hier gemacht und das kommt noch weg. So. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Das wird eröffnet. Hier werde ich mich auch um eine andere Zaunfarbe kümmern. Nämlich um die Zaunfarbe. Und wir werden jetzt auch noch den anderen Zaun setzen. Ich weiß nicht, ich glaube... Ich werde so hier bei ca. 10 Minuten Schluss machen. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht weiß, wie viel ich von den kaputten Dateien noch habe. Deswegen denke ich mal, wird das hier alles ein bisschen kürzer ausfallen. So. So. So, 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 so. So, 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 gleich. Ups. Das war natürlich wieder falsch gewesen. So wollte ich das nicht haben. Ups. Ich denke mal, das passt so. Das passt auch. So, jetzt kommen noch die Tische und Bänke. Wenn ich sie jetzt mal finde. Hier, Holzbank. Ach, das ist Tische und Bänke. Die Mülleimer und die Bänke. Und wir brauchen dringend, dringend noch ein bisschen Personal. So. Hört gerade auf, ich habe da die Bänke vergessen. So. Natürlich, wenn man sich da hinsetzt, gerne auf den Müller mal gucken. So. Dann hätten wir die Achterbahn auch schon fertig und auch angeschlossen. Und ich würde dann mal sagen, dann kümmern wir uns nochmal um... Da haben wir was zu essen. Da haben wir was zu essen. Oh, ein weiteres Essen statt, den wir ungefähr, ja, ich würde mal sagen, hier platzieren. Aber der wird an beiden Seiten angeschlossen werden. Das heißt, man wird sowohl von da als auch von hier dorthin kommen. Als erstes werden wir das, den ganzen Kram hier erstmal platzieren. Da wird nämlich ein Burger-Stand hinkommen. Den werden wir hier platzieren. Den werden wir auch aufmachen und alles so, wie die Gäste das haben wollen. Dann wird da ein normaler Getränkestand hinkommen, den wir ungefähr vielleicht hier platzieren. Das ist auch okay. Ich würde das jetzt nicht mehr so umbenennen. Nee, nur ein Getränke 2 oder so, das ist jetzt egal. Dann irgendwie hier so irgendeine Kleidung oder so. Ja, so einen Souvenir-Shop, den können wir ja mal da hinstellen. Und dann kommen hier noch ganz viele. Einmal hier der Geldautomat. Dann kommt da noch ein Klo hin. So. Und natürlich eine Erste-Hilfe-Station, die wir auf diese Höhe stellen werden. Und zwar werden wir das so machen, und dass wir dann jetzt hingehen und mit dem ganzen... Und mit dem ganzen... Und werden den ganzen Palabra hier wie so einen großen Platz, sage ich mal, mit dem Weg ausfüllen. So. Dann sieht das jetzt ungefähr so aus. Dann wird es... hier einmal weggehen. Oh, das war falsch. So. Und dann wird es nach da weggehen. Dann nehmen wir das jetzt mal hier weg. So. So wird das ungefähr sein. Dann werden wir das nachher noch ausschmücken und so. Und dann sind wir ja bald auch, glaube ich, fertig. Weil mehr wollte ich eigentlich hier nicht machen. Dann haben wir hier einen großen Freizeitpark. Klar, einige Flächen sind noch etwas unbenutzt, aber gibt es das nicht bei jedem Freizeitpark. So. Dann würde ich mal sagen, öffnen wir das hier eben noch. Und würde dann sagen, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020